Da ist das, was ich brauche. Okay, meine Güte, wie mache ich das? Okay, das ist schon mal ein kleiner Vorteil. Bam. So. Ihr seid erledigt. Das ist das Mindeste. So, den Kubus haben wir mal drauf. Ah, ich spinne. Okay. 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 Und nochmal. Okay! Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. 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 Fucking! Schnell! 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 Ernsthaft musstest du da jetzt nochmal runterfallen. So. Ah! So. Wäre jetzt noch eine Möglichkeit, damit das wirklich geht. Einmal so. So. Tränen? Tränen? Klar, da hast du mich auch. Das ist so eine reine Frage, was du da machst. Leute, ich mag, werde ich das sowieso nicht sehen. Ich kenne dich. Du bist gemeiner denn je. Aber so wie ich es schätze, meinst du irgendwelche Kinder von mir, Eltern, Teil 4? Die Überraschung! Meinst du irgendwie was ganz komisches? Überraschung in 3, 2, 1. Ich mache mal über ein Scream. Ich habe gelogen. Überraschung? Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Was ist das? Bruder, mach das mal bitte mir jetzt da rauf. Da existieren gar keine Gläser. Okay. Ich muss... Ich habe einen Laser. Dieser Laser ist da. Ich brauche einen Kubus. Der Kubus ist... Oh, fuck. Also irgendwas mache ich mit ihm. Der, der Hund, der hinten mag mich nicht. Nichts. Äh, ha. Ah, ja. Also das da hinten ist... Da hinten kommt der Kubus raus. Und den Knopf betätige ich... Oder oben. Ich komme noch nicht da hoch. Hm. Fuck, 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 fuck. Er hat mich jetzt voll im Visier. Ich komme da auch so nicht lang, weil er mich hier komplett im Visier hat. Jetzt bin ich ein bisschen höher, bin aber hier direkt im Totenvisier von ihm. Oh, kacke. Äh, das ist schon mal gut. Lass mich mal kurz da runter. Wie funktioniert der Raum? Weil ich muss ja auch irgendein... Ich kriege nämlich ihn auch nicht ganz wirklich zerstört. Kubus kriege ich. Das ist nicht die Sache. Na, wie stelle ich das an ohne ihn, äh... Ich muss mal kurz ein kleines Stückchen! Naja. Ich brauche eine bessere Sichtlage. Da will ich hin. Da... Komme ich aber so nicht hin. Das ist jetzt natürlich... Na? So, bämm. Och, ernsthaft? Gut. Das haben wir geklärt. Ha-ha! Gut. Äh... So, hier haben wir einen. Wo ist der Zweite? Der eine ist hier. Da hinten ist der Zweite. Ist zwar nicht da gelandet, wo ich möchte. So, ich bin zur Zeit echt mit dieser Brücke hier recht froh. Du hast mich gerade nicht im Visier. Nicht du. Du gehst mir mal bitte kurz da rüber. So. Äh... Ich muss da rüber. Ihr merkt schon. Diese Tests. Kann er mich eigentlich hier angreifen? Mh... Falls ja, habe ich verloren. Ist mir jetzt auch gerade so egal. So. Ähm... So. Und so. Mir geht es spezifisch darum... Dass er da mich angreifen kann. Mein großes Problem ist, dass ich... Das ist ja jetzt nicht aggro auf mich, ja? Ja. Fuck. Bist du wieder weg? Geh aus. Gut. Gut. Vielleicht habe ich dich jetzt besser im Visier. Ah, Gott sei Dank. Jetzt haben wir das... Jetzt haben wir etwas Ruhe. So. Jetzt können wir auch arbeiten. Äh... Okay. Ich muss alle... Drei... Vier aktivieren. Das ist nicht das große Problem. Das heißt, ich brauche einen, der sowohl sich hier hinten steuert, als auch einen, den ich dann später... Später... Hier irgendwo steuern muss. Und ich muss ja auch noch später irgendwie gucken, wie ich da rüberkomme. Das ist nicht so einfach. Wie komme ich denn da... Lass uns erst einmal den ganzen Scheiß hier steuern. Zack. 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 Ich will mir das mal ganz genau so anschauen. Ähm... Ich meine, wenn ich jetzt alles darüber so steuern kann, dass ich jetzt hier gleich freie Hand habe... Bis zum nächsten Mal.